Sintbad der Seefahrer Erste Reise Meine Geschichte, Ihr edlen Herrn, ist wunderbar! Von zu Hause aus mit Gütern gesegnet, lebte ich in Bagdad, der Stadt der Freuden, verschwenderisch in den Genüssen des Lebens, und glaubte, mein Reichtum nähme nie ein Ende. Ich wurde eines anderen belehrt. Um der Armut, der Not, zu entgehen, kehrte ich alles zusammen, was mir geblieben, machte aus meinen Grundstücken einige Tausend Dirham, kaufte ein stattliches Schiff, rüstete es aus, befrachtete es mit guter Ware und schickte mich an, wie viele andere Kaufleute zur Seehandel und Wandel zu treiben. Ich nahm mir einen erprobten Kapitän, der mein Schiff steuerte und die Mannschaft befehligte. So fuhren wir denn hinaus auf das Meer. Basra war mein erstes Ziel. Nach etwa sieben Tagereisen erblickten wir eine kleine, sonnige Insel, die außer mit Buschwerk und niedrigem Palmenbestand mit seltenen Kräutern bewachsen war. Wir warfen Anker und ich begab mich allein mit einem Holzbottich auf das Eiland, um von den Kräutern zu sammeln, die ich für eine Haschischspeise zu verwenden beabsichtigte. Als ich ahnungslos das Beste herauspflückte, rief auf einmal der Kapitän hoch vom Schiffsbord aus, so laut er konnte, »Sindbart, rettet Euer Leben und kommt aufs Schiff, so schnell Ihr könnt! Die Insel ist keine wirkliche Insel, sondern ein großer, mitten im Meere feststehender Fisch!« In diesem Augenblick tauchte das Ungeheuer aus dem Wasser. Es brauste und zischte, die See donnerte, ich wurde in hohem Bogen zusammen mit dem Holzbottich in die Wellen geschleudert. Mein Kapitän hatte den Kopf verloren, war aus Furcht schleunigst davon gesegelt und überließ mich meinem Schicksal. Mitsamt dem Schiffe war er bald meinen Augen entschwunden. Um der Süßigkeit des Lebens willen schwang ich mich rittlings auf den Bottich, zog meine Schuhe aus und begann darauf, mit meinen Füßen wie mit Rudern im Wasser zu arbeiten. Fische, große und kleine, von den bizarrsten Formen in allen Farben schillernd, sprangen aus dem Wasser und begleiteten, wie um mich anzufeuern, meine sonderbare Fahrt. Aus Leibeskräften ruderte ich drauflos. Was ich so versuchte, um mich zu retten, erwies sich bald als ein aussichtsloses Beginn. Ein Sturm kam auf, packte mich gewaltig und schleuderte mich die Wasserberge hinauf und hinunter. Ich war meines Untergangs gewiß. In solcher Lage brach die Nacht über mich herein. Endlos und hoffnungslos trieb ich in der Finsternis dahin, bis ich vor Müdigkeit und Entkräftung die Besinnung verlor. Als ich erwachte, o gnädiges Schicksal, hatten mich Wind und Wellen an das Ufer einer hohen Insel geworfen, deren heller Sand im glänzenden Morgenlicht leuchtete. Mein erster Blick, als ich meine Augen öffnete, fiel in das dunkelhäutige Gesicht eines Negers, der sich erstaunt über mich gebeugt hatte. »Wer bist du? Woher kommst du?« rief er mich an. »Ich bin ein Fremdling, der Wunderbares erlebt hat«, erwiderte ich höflich und versuchte aufzustehen. »Als ich aber meine Füße, die ich gleich rudern im Wasser gebraucht hatte, auf den festen Boden der Insel setzte, fand ich, daß sie erstarrt und an den Sohlen von Fischen zernagt waren. Doch nicht genug damit. Muscheln, Krabben, kleine Seesterne und sonst noch allerhand mögliche und unmögliche Wassertierchen hatten sich an ihnen festgesetzt und ließen sich nicht so ohne weiteres entfernen.« Bekümmert um dieses neue Ungemach setzte ich mich in den weichen Sand zurück. Nun erkundigte ich mich bei dem Neger nach dem Stand und den Eigenschaften der Insel. »Diese Insel«, hub der Gefragte an, »gehört dem König Mirjan. Jedoch liegt die Stadt des Erlauchten gerade entgegengesetzt diesem Teile der Insel, auf dem wir uns befinden. Diese Hälfte ist einsam und wird ja ein Jahr aus von keines Menschen Fuß betreten. Nur ein Zufall führte mich hierher. Die Rosse des Königs waren ausgebrochen, um im Meere zu baden. Auf der Suche nach ihnen kam ich hierher und fand Euch, mein Herr.« Glücklich und dankbar für meine Rettung aus Seenot und Einsamkeit ging ich daran, mir aus dem Holz, das über den Strand verstreut lag, Kröcken zu verfertigen, damit ich mit ihrer und des Negers Hilfe die Stadt des Erlauchten König Mirjan erreichen könne. Ohne Aufenthalt machten wir uns auf. Lauer Wind wehte, üppige Früchte und viele süße Quellen zeigten sich zu beiden Seiten unseres Weges. Als wir uns der Stadt näherten, hatte der König schon Bericht bekommen und verlangte nach mir. Ich wurde ihm zugeführt, und als ich vor ihm stand, begrüßte ich ihn, worauf er mir den Salem erwiderte, und mir mit dem Wunsche für ein langes Leben einen herzlichen Willkommen bot. Dann fragte er mich nach meiner Geschichte. Ich erzählte ihm von Anfang bis Ende, was mir widerfahren war und was ich geschaut hatte. »O mein Sohn, Du bist wunderbarlich errettet!« meinte der König, der sich wohl über meine Abenteuer und Erlebnisse sehr verwunderte, doch ständig verstohlen meine Füße betrachtete und kaum sein Lachen unterdrücken konnte. »Wäre Deine Lebenszeit nicht langbemessen, Du wärst diesen Drangsal nicht entronnen!« Als ich nun von dem Gegenstand meiner größten Qual berichtete und von meinen Füßen sprach, gab es kein Halten mehr. Unverhohlen ließ König Mircan seine Lust am Lachen aus und wurde über die Maßen vergnügt. Der König erwies mir seine Gunst und machte mich zum Hafenmeister und Registrator aller einlaufenden Schiffe. Ich stand diesem Amte gewissenhaft vor und war mit meinem Los zufrieden. Nur eins kränkte mich, und zwar die Tatsache, daß der König, so oft er mich zu Gesicht bekam, mir vergnügt mit einem Auge zuzwinkerte, woraus unzweideutig zu entnehmen war, daß er in mir einen Scharlatan sah, dessen abenteuerliche Erzählungen nicht ernst zu nehmen, vielmehr als amüsante und fantastische Dichtungen zu bewerten seien, mit denen ich mich bei ihm in Gunst, Amt und Würde eingeschmuggelt hätte. Ich wünschte nichts sehnlicher, als dem König diese falsche Vorstellung von mir nehmen zu können, und es geschah, mein Wunsch wurde erfüllt. Eines Tages, es war in früher Morgenstunde, lief ein prächtiger Kauffahrer ein. Was glaubt ihr, meine edlen Herren, wem dieses Schiff gehörte? Es war mein eigenes. Nach einigem Hin und Her erkannte mich auch der Kapitän. Dieser bestätigte dem König, nachdem ich ihn dazu aufgefordert hatte, unsere gemeinsame Fahrt bis zur lebenden Insel, das übrige bewiesen meine Füße. Da ich noch immer barfuß ging, füllte der König heimlich meine Schuhe mit Gold und auserlesenen Edelsteinen und überreichte sie mir, mit dem Ausdruck ehrlicher Reue, mich so über die Maßen verkannt zu haben. Dann ließ er durch seine Sklaven Teppiche und wertvolle Stoffe als Geschenk auf mein Schiff bringen, das bald von den Bordplanken bis unter Diran voller Schätze gestapelt war. Dann machte ich mich zur Heimreise klar. Auf der Meerterrasse hatte sich der König Mircan mit seinem gesamten Hofstaat versammelt. Er lächelte mir wohlwollend zu und entließ mich mit großen Ehren. Man merkte ihm an. Der Abschied wurde ihm schwer. »Nie«, so äußerte er, »würde er wohl einen Menschen wiederfinden wie gerade mich.« Sindbad den Seefahrer, der nicht nur in Wirklichkeit so wundersame Geschichten erlebte, sondern auch dieses so großartig und formvollendet wiederzuerzählen verstand. Alles winkte ein Wiedersehen. Bald wurde die Insel König Mircans zu einem schmalen Streif am Horizonte und verschwand dann ganz. In steter Fahrt, von Wind und Wetter begünstigt, erreichte ich in vierzehn Tagen Bagdad. Nun wurde ich des Glückes voll. Reicher denn je, heil und gesund in die Stadt meiner Väter zurückgekehrt, nahm ich mir vor, ein ruhiges und beschauliches Leben zu beginnen. Um dies zu können, mußte ich besonders darauf bedacht sein, meine Abenteuerlust zu unterdrücken, um nicht erneut dem Seeteufel zu verfallen, der da draußen auf den weiten Meeren mit seinen Launen und Tücken auf mich lauerte. Verwärter 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 Verwärter